Immer mit einem guten Schuss aufhören. So wärmst du dich dafür auf. Erstmal natürlich mit Bann. Tief bleiben und seitlich laufen. Dann auf einem Bein stehen und seitlich nach vorne und rückwärts ziehen. Jetzt reicht's aber auch mal mit dem Bann. Nummer 1, Oberschenkel anziehen. Okay, die Übungen, die jetzt kommen, brauch ich nicht erklären. Ich glaub, die kennt jeder, oder? Hier nochmal kurz überkreuz. Und dann nochmal was für die Arme. Und dann noch der Good Kick. Der ist voll gut für die Oberschenkelrückseite. Jetzt das Bein nach innen schwingen. Und nach außen. Dann Prellhopser. Voll der komische Name eigentlich. Und nochmal was für die Waden. Jetzt wird das Ganze ein bisschen schneller. Boxer-Steps vorwärts. Und rückwärts. Dann natürlich noch ein paar Sprints. Und ab an den Ball. Bisschen was für die schnellen Füße machen. Also speichert das Video und probiert's beim nächsten Mal aus. Aber vergesst nicht den guten Schuss.